Wenn du gerne Podcasts hörst, dann kennst du bestimmt ganz viele unterschiedliche Formate. Aber es gibt ein paar Formate, die du höchstwahrscheinlich nicht kennst oder gar nicht kennen kannst, denn das sind interne Podcasts. Was interne Podcasts genau sind und wie du einen internen Podcast erstellen kannst, darum geht's in diesem Video. Hallo, mein Name ist Kurt Waschitzki, ich bin Inhaber der Agentur Kurt Creative aus Berlin und wir bieten Produktions-, Beratungs- und Serviceleistungen rund um die Themen Podcast-Produktion, Audio-Werbung, Telefonansagen und Sprachaufnahmen an. Und in der Podcast-Produktion gibt es zwei grundlegende Kategorien von Podcasts, die wir betreuen. Das eine sind öffentliche Podcasts, die also Marketing-Funktionen erfüllen oder für die Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen und Organisationen wichtig sind. Und die zweite Kategorie sind sogenannte interne Podcasts. Podcasts, die also nicht auf den populären Apps Spotify, Apple Podcasts und so weiter verfügbar sind, sondern die nur für einen bestimmten internen Kreis einer Firma oder einer Organisation gedacht sind. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen geheimniskrämerisch. Ja, interne Podcasts, da gibt es irgendwelche Infos, die niemand erfahren soll, die nicht für die Öffentlichkeit sind. Ganz so dramatisch ist es natürlich nicht. Es geht hier einfach nur darum, dass das Podcasts für eine ganz spezielle, spitze Zielgruppe sind. Konkret gesagt eine Zielgruppe innerhalb eines Unternehmens. Was ist also der Zweck eines internen Podcasts? Das können im Groben gesagt zwei große Hauptmotive sein. Das erste ist die Information und das zweite ist die Weiterbildung. Wenn das Informationsanliegen bei einem internen Podcast im Vordergrund steht, dann geht es da vor allem darum, über Entwicklungen im Unternehmen aufzuklären. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Kunden von uns, den ich jetzt hier nicht nennen möchte, aber das ist eine sehr große Organisation im öffentlichen System, die 800 Mitarbeitende insgesamt hat. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass es sehr schwierig ist, bei so einem großen Unternehmen alle Informationen gleichzeitig an alle Menschen weiterzutragen. Da ist zum Beispiel eine neue Führungskraft in das Unternehmen reingekommen, die sehr, sehr wichtig ist und die vielleicht große Veränderungen vorhat. Darüber muss natürlich informiert werden. Wenn man jetzt sich einfach darauf verlässt, dass der Flurfunk des Unternehmens das regelt, sprich also, dass sich das einfach so weiterträgt, das ist natürlich keine besonders zuverlässige Methode. Was könnte man sonst noch machen? Man könnte vielleicht ein Rundschreiben organisieren und irgendwo hinhängen, wo sich die neue Führungskraft vorstellt. Ist auch nicht so optimal, weil zum einen die Möglichkeit besteht, dass die Menschen einfach daran vorbeilaufen, das gar nicht wahrnehmen, oder aber auch, dass da nicht genügend Persönlichkeit rüberkommt. Da hat man dann vielleicht so ein schönes Foto vom Fotografen, ja, wie man das so kennt, wo die Person abgebildet ist. Und dann steht da daneben Maxi Mustermann, neue Verantwortliche für, was weiß ich, den Vertrieb. Und dann steht da ein bisschen was dazu. Ja, da kommt natürlich nicht so viel Persönlichkeit rüber. Und Persönlichkeit ist ja das, was für Menschen ganz, ganz wichtig ist. Gerade auch innerhalb eines Unternehmens möchte man so, dass es menschelt. Man möchte so eine gewisse Basis haben, auf der man sich verständigen kann. Und da ist es ganz wichtig, die Persönlichkeiten der Mitarbeitenden auch zu verstehen. Mit einem internen Podcast kann man dann zum Beispiel ganz einfach diese Neuführungskraft zu einem Interview einladen, kann sie sich vorstellen lassen, kann mit ihr darüber sprechen, was so die neuen Ziele sind, die sie im Unternehmen verwirklichen möchte. Und so bekommen die Mitarbeitenden einen persönlichen Eindruck. Sie werden gleichzeitig informiert. Sie bekommen die neuen Infos darüber mit, was sich in der Firma vielleicht ändert an der Strategie. Und gleichzeitig aber auch so ein persönliches Gefühl dafür, was ist das für ein Mensch, der hier ins Unternehmen kommt. Gleichzeitig kann so ein Informationspodcast natürlich aber auch wöchentlich veröffentlicht werden, um über irgendeine bestimmte Strategie zu informieren, zum Beispiel in der Kundenbetreuung. Sagen wir mal, ein Unternehmen hat sehr oft mit schwierigen Kundinnen und Kunden zu tun, vielleicht mit sehr hitzigen Gesprächen am Telefon. Dann kann in so einem Informationspodcast darüber gesprochen werden, was sind gerade zum Beispiel die drängendsten Anliegen, die sehr oft an uns herangetragen werden. Zum Beispiel, unsere Kunden haben Probleme mit einer neuen Funktion, die wir eingeführt haben. Und wie können wir am besten über diese Themen sprechen? Wie können wir diese Gespräche vielleicht ein bisschen beruhigen, etwas sachlicher führen? Was sind gute Strategien, um diese Gespräche auf eine angenehme Art und Weise für beide Seiten durchzuführen? Da kann man dann in einem internen Podcast zum Beispiel ein Rollenspiel machen, einen Dialog veranstalten zwischen einer Person, die die Kundin spielt und einer anderen Person, die den Kundenbetreuer spielt. Und kann dann den Hörerinnen und Hörern so möglichst authentisch und gleichzeitig auch sehr lebhaft und plastisch darstellen, wie so ein Gespräch aussehen könnte. Im Bereich der Weiterbildung ist es bei internen Podcasts zum Beispiel auch denkbar, dass man regelmäßig bestimmte Verantwortliche in der Firma einlädt, um über Themen zu sprechen, mit denen viele Mitarbeitende Probleme haben. Sagen wir mal zum Beispiel neue Softwareprogramme. Es gibt irgendein neues Programm für den Vertrieb, mit dem viele noch nicht so zurechtkommen. Dann könnte man in einem internen Podcast, wenn man den Weiterbildungsaspekt sich besonders auf die Fahne schreibt, zum Beispiel die Person einladen, die die Software in der Firma installiert hat oder die sie dort etabliert hat. Das kann jemand aus der IT-Abteilung zum Beispiel sein, jemand, der sich schon gut damit auskennt, der schon oft damit gearbeitet hat. Zum Beispiel auch ein Mitarbeiter, der das Programm schon erfolgreich einsetzt und sagen kann, jawohl, das ist ein super Tool. Ja, ich kann hier begeistert davon erzählen und kann mit meiner Begeisterung auch die anderen Kolleginnen und Kollegen anstecken. Zusammenfassend kann man dazu also sagen, dass die Themen, die in einem internen Podcast besprochen werden sollen oder besprochen werden können, vor allem die sind, die für viele unklar sind. Themen, die vielleicht nicht so direkt an jeden herandringen, wo es sehr lange dauert, bis sich diese Infos verbreitet haben. Gerade bei größeren Unternehmen ist das der Fall. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel von dem Kunden mit den 800 Mitarbeitenden spricht, da dauert es sehr lange, bis bestimmte Themen sich wirklich in jedem Winkel zu jedem einzelnen Mitarbeitenden verbreitet haben. Da macht es auf jeden Fall Sinn, einen internen Podcast einzusetzen. Oder aber auch Themen, die gerade einfach Talk of Company sind, wie man so schön sagt, worüber gerade in der Kantine gesprochen wird. Das sind oft sehr, sehr wertvolle, hilfreiche Gespräche, denn da kommt so zum Vorschein, wo gerade der Schuh drückt. Also was gerade Themen sind, die für die Mitarbeitenden schwierig sind, wo es vielleicht irgendwie schon so eigene kreative Lösungsansätze gibt, wie man diese umgehen kann. Diese Gespräche, die oft nur unter wenigen Menschen stattfinden, die kann man mit so einem internen Podcast auf das ganze Unternehmen ausdehnen. Man kann mal einzelne Mitarbeitende einladen und kann sagen, hey, erzähl mir doch mal darüber, wie du dieses Thema in deinem praktischen Arbeitsalltag löst oder bewältigst. Und damit erhöht man gleichzeitig die Zielgruppe der Menschen, die von dieser Information profitieren können. Weitere wichtige Erfolgsfaktoren für einen internen Podcast sind, sich vorher erst einmal Gedanken darüber zu machen, wer soll den Podcast eigentlich hören? Ist der Podcast vor allem eher an die Führungskräfte gerichtet oder ist er an alle Mitarbeitenden gerichtet oder nur an eine bestimmte Abteilung? Das ist ja wichtig dafür, um zu entscheiden, über welche Themen man spricht. Es gibt viele Themen, die sind zum Beispiel nur für Führungskräfte relevant, wo es zum Beispiel um die Mitarbeiterführung geht. Und es gibt bestimmte Themen, die sind nur für den Vertrieb relevant, wo es zum Beispiel darum geht, was für Umsatzziele haben wir im nächsten Jahr, wen wollen wir genau ansprechen, welche Branchen wollen wir vielleicht nochmal ansprechen. Das sind Themen, die interessiert vielleicht aus dem Kundenservice niemanden. Und dann gibt es gleichzeitig Themen, die sind für alle interessant. Zum Beispiel die Unternehmenskultur, die neue Unternehmensleitung. Was sollen für neue Visionen umgesetzt werden? Wohin soll sich das Unternehmen im Großen und Ganzen entwickeln? Darüber sollte man sich also Gedanken machen, bevor man den Podcast veröffentlicht, dass man also einmal schaut, was sind gerade so unsere Hauptzielgruppen, die wir mit dem Podcast ansprechen möchten und welche Themen sind bei diesen Zielgruppen gerade am relevantesten. Wenn man sich über die Zielgruppengedanken gemacht hat, dann weiß man auch meistens schon, was für ein Vorwissen man voraussetzen kann. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wen man mit dem Podcast anspricht. Wenn man zum Beispiel Menschen aus dem Marketingbereich anspricht, dann kann man da schon als Vorwissen voraussetzen, dass diese Menschen wissen, wer ist die Zielgruppe des Unternehmens, wie kommuniziert das Unternehmen, was hat es vielleicht für ein Wertesystem. Das ist in einem anderen Bereich, wie zum Beispiel in der Produktion, vielleicht nicht unbedingt so vorherrschend. Dort geht es vielleicht eher um technische Sachen. Die Menschen dort sind eher damit beschäftigt, wie irgendwelche Maschinen bedient werden, wie man die einstellt, haben in diesem Bereich vielleicht wiederum ein größeres Vorwissen. Also ihr merkt schon, das ist sehr unterschiedlich von Abteilung zu Abteilung. Und wenn man einen internen Podcast produzieren möchte, der wirklich das ganze Unternehmen ansprechen soll, dann sollte man immer im Blick haben, was ist so der kleinste gemeinsame Nenner? Welches Vorwissen haben alle Menschen, die wir mit dem Podcast ansprechen wollen? Und welches Vorwissen ist vielleicht nicht vorhanden? Das sollte dann am Anfang der Folge immer nochmal auf eine einfache Art und Weise erklärt werden. Außerdem ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, in welcher Situation der Podcast gehört wird. Wird er zum Beispiel während der Arbeitszeit gehört oder vielleicht in der Pause oder am Ende der Arbeitszeit auf dem Weg nach Hause? Das ist ganz entscheidend auch dafür, welche Stimmung der Podcast transportieren soll. Ist es also wirklich ein Podcast, wo harte Fakten hintereinander, aneinandergereiht werden? Das ist auf jeden Fall was, was man vielleicht am Anfang seiner Schicht sich morgens geben kann. Ja, so zum Start in den Tag, wo man noch aufnahmefähig ist. Wenn man allerdings weiß, der Podcast wird vor allem von den Leuten gehört, wenn sie in den Feierabend gehen, auf dem Weg nach Hause, dann ist es vielleicht hilfreich, eher so ein bisschen in den Podcast ein Resümee zu ziehen. So, was ist schon gut gelaufen aktuell bei uns? Was können wir noch verbessern? Wo können wir uns hin entwickeln? Dass man also sich darüber mal Gedanken macht, wo veröffentliche ich den Podcast? Zur Distribution werde ich ja auch gleich nochmal kommen. Und in welcher Situation wird er dann konsumiert? Dass man sich dann in diese Situation reindenkt und genau weiß, aha, ich hole meine Hörerinnen und Hörer gerade in dieser speziellen Situation ab und so sollte dann auch meine Ansprechhaltung klingen. Und wo wir schon bei der Ansprechhaltung sind, sind wir auch schon bei der Frage, wer soll den internen Podcast moderieren? Das ist nicht unbedingt immer die Person, die den Podcast auch produziert. Sondern das sollte vor allem eine Person sein, die zum einen sich sehr gut mit den Themen auskennt, über die gesprochen werden, die in der Firma auch gut vernetzt ist, damit sie viele Menschen dafür gewinnen kann, ein Interview im Podcast zu geben und die auch ein großes Vertrauen besitzt in der Belegschaft, wo also die Menschen sagen, ja, dieser Person höre ich gerne zu, von dieser Person lasse ich mir auch gerne Ratschläge geben. Und Spoiler schon mal im Vorfeld, sobald dann die ersten Folgen veröffentlicht werden, ist es auch gut möglich, dass der Moderator oder die Moderatorin des Podcasts auf dem Flur im Alltag von anderen Kolleginnen und Kollegen angesprochen wird und gesagt wird, hey, ich habe doch neulich diese Podcast-Folge von dir gehört, kannst du mir nochmal ein bisschen mehr was erzählen über das Thema XY, um was es da ging? Das sind also auf jeden Fall Dinge, mit denen sich der Moderator oder die Moderatorin identifizieren können sollte und auch natürlich komfortabel damit sein sollte, so eine kleine Personality in der Firma zu werden und dann halt die Person aus dem Podcast zu sein. Sprich also, hier ist es auf jeden Fall sehr lohnenswert, wenn wir eine Person haben, die aufgeschlossen ist, die gern spricht, sehr kommunikativ ist, gern kommuniziert und auch sehr vernetzt ist in der Firma, damit diese Rolle auch wirklich authentisch ausgefüllt werden kann. Außerdem noch zwei weitere praktische Tipps, zum einen, was die Länge des internen Podcasts angeht, da ist es auf jeden Fall sinnvoll, 15 Minuten nicht zu überschreiten. Das liegt ganz einfach daran, dass wir schon bei öffentlichen Podcasts die Erfahrung machen, dass die Menschen in der Regel Nischenthemen nicht länger als 30 Minuten zuhören. Also das ist so die Maximalgrenze, wo wir sagen, so lange wird ein Podcast zu einem Nischenthema gehört und bei einem internen Podcast ist es ja oft noch so, dass er auch während der Arbeitszeit gehört wird. Da sind also ganz viele andere Ablenkungsquellen noch vorhanden und wenn man wirklich möchte, dass jemand ein bestimmtes Thema in einer Folge von Anfang bis zum Ende erfasst, dann sollte man sich an diese 15-Minuten-Grenze halten, um die Menschen nicht zu überfordern, zu lange von der Arbeit abzuhalten, was natürlich auch nicht erstrebenswert ist, oder aber halt ganz einfach auch zu vermeiden, dass zwischendrin abgeschaltet wird, wo doch vielleicht am Ende noch ganz wichtige Themen kommen. Außerdem macht es Sinn, verschiedene Bereiche anzusprechen, sprich also, dass man nicht am Anfang in den ersten Folgen nur über Marketingthemen redet oder nur über Vertriebsthemen redet, weil dann würden sich bestimmte andere Abteilungen des Unternehmens natürlich ausgeschlossen fühlen und würden denken, der Podcast, der ist nichts für mich, da werde ich in Zukunft wahrscheinlich nicht nochmal reinhören. Und wenn man solche Hörerinnen und Hörer erst einmal verloren hat, ist es ganz schwer, die dann wieder in den Podcast reinzubekommen. Also wirklich einen großen Mix machen, schauen, wer ist die Zielgruppe innerhalb des Unternehmens und wirklich mit jeder Folge eine bestimmte Zielgruppe ansprechen und da so einen breiten Blumenstrauß an Themen abdecken. Kommen wir abschließend noch zum Thema Distribution. Wenn die Podcast-Folge fertig produziert ist, dann steht natürlich die Frage im Raum, wo soll der Podcast veröffentlicht werden? Eine sehr effektive Möglichkeit, die Mitarbeitenden zu erreichen, ist da zum Beispiel das Intranet. Intranets gibt es in vielen großen Firmen. Das ist sozusagen so ein internes Internet, eine Seite, die sich meistens im Browser öffnet, wenn man den Rechner startet. Da gibt es dann Infos zu neuen Mitarbeitenden, Geburtstagen, zu irgendwelchen aktuellen News aus der Firma. Dort kann man sehr gut so einen internen Podcast platzieren, weil man sich zum einen sicher sein kann, dass der Podcast nur auf Firmenrechnern aufgerufen wird oder nur von den Mitarbeitenden, die auch einen Login dafür haben und natürlich auch, dass er von allen gesehen wird. Er ist prominent platziert und viele Menschen werden ihn beim Start in den Arbeitsalltag sehen und bestenfalls natürlich auch einschalten. Außerdem kann man einen internen Podcast auch über einen E-Mail-Verteiler verbreiten. Wenn man zum Beispiel eine bestimmte Abteilung hat, sagen wir der Vertrieb und der hat einen E-Mail-Verteiler, Vertrieb at Firma XY, kann man darüber auch ganz einfach den internen Podcast verbreiten und, das ist eine Besonderheit dabei, auch direkt um Feedback bitten. Sprich also, man kann ganz einfach auf die E-Mail dann antworten und kann seine persönliche Meinung dazu geben. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um gleich so ein bisschen Rückmeldungen zu bekommen aus dem Team und zu hören, wie stehen die denn zu diesem oder jenem Thema. Also das bringt gleichzeitig auch so eine Diskussion, so eine Debattenkultur innerhalb der Firma in Gang, die auch sehr fruchtbar dafür ist, wenn man die Firma weiterentwickeln möchte und auch wirklich daran interessiert ist, was ist denn die Meinung unserer Mitarbeitenden zu dem Thema XY, worüber wir gerade im Podcast gesprochen haben. Wenn man diesen Gedanken noch ein bisschen weiterfassen möchte, kann man auch eine geschlossene LinkedIn-Gruppe ins Leben rufen. LinkedIn als Business-Netzwerk ist natürlich vor allem bei Unternehmen sehr beliebt, die jung sind, die innovativ sind, ja, wo viele Menschen sind, die auch sich in den sozialen Medien wohlfühlen und in einer solchen geschlossenen LinkedIn-Gruppe kann man diese Diskussionskultur natürlich nochmal weiter befeuern. Vielleicht hat euer Unternehmen ja auch schon so eine interne Chatgruppe bei LinkedIn oder vielleicht auch bei einer anderen Plattform, die dafür gemacht ist, dann lohnt es sich natürlich auch dort, die Podcast-Folgen einzustreuen und aktiv um eine Diskussion zu bitten und dann gleichzeitig auch so ein paar Rückmeldungen zu den Themen einzusammeln. Das war mal so ein kleiner Überblick über das Thema interne Podcasts für Firmen und für Organisationen. Wenn du dich dafür interessierst, einen internen Podcast für deine Firma ins Leben zu rufen und produzieren zu lassen, dann schau gern mal auf unsere Webseite www.curtcreative.de. Wir bieten Produktions-, Beratungs- und Serviceleistungen von der ersten Idee bis zur fertig veröffentlichten Podcast-Folge und können garantiert auch dich dabei unterstützen, deinen internen Firmen-Podcast aufzusetzen und an deine Mitarbeitenden zu verbreiten. Und wenn du kein weiteres Video von uns verpassen möchtest, dann abonniere gern diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dann wirst du immer informiert, sobald es ein neues Video von uns gibt zu den Themen Podcasting oder Audioproduktion. Ansonsten wünschen wir dir natürlich viel Spaß beim Podcasten und sagen bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.